Die Kontaktlandkarte finden Sie direkt auf Ihrem Dashboard vor. Wenn Sie darauf klicken, kommen Sie direkt in dieses Modul. Oben angesiedelt sehen Sie die Kontaktgruppe. Wählen Sie jeweils die Kontaktgruppe, so werden die Kontakte dieser Gruppe dann in der Landkarte dargestellt. Ebenso können Sie mit der Kontaktlandkarte selbst interagieren. Hier können Sie hinein und hinaus zoomen und ebenso den Kartentyp zum Satellitenbild ändern. Ballungszentren werden ebenso verschieden Farben dargestellt. Rot sind extreme Ballungszentren, gelb, blau geringere und grün einzelne Standorte Ihrer Kunden.